Willkommen zum Video zum Update vom 25.08.2011. Auch bei diesem Update gab es wieder viel Neues. Im Schattenland auf dem Friedhof gibt es jetzt eine neue Wohnung zum Mieten, die Privatgruft. Das Baumenü wurde neu designt und es gibt auch neue Rezepte, zum Beispiel für Hut und auch für Sliner. Passend dazu gibt es auch ein neues Abzeichen, den Rohstoffhamster. Hierfür müsst ihr nur fleißig Holz und Felsen sammeln. Außerdem wurde das Schilden, dass man in den mietbaren Raum in Wurzelhofen kommt, an einen neuen Platz gestellt. So muss man nicht erst in den Steiner reingehen. Dasselbe auch in Tumbleweed Rallye. Und auch in den Hut. Als letztes wurde nun auch die Zeit, die man inaktiv sein kann, verändert. Man fliegt nicht mehr raus nach 30 Minuten, sondern kann anscheinend unbegrenzt online sein. Das waren die wichtigsten Neuerungen des Updates diesmal. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Ji惋 haben. Yun-Dakung. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.